Hi! Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich möchte dir heute ganz gerne meinen neuen Lieblingsrock zeigen. Und zwar diesen karierten Minirock. Ein ganz einfacher, schlichter Minirock, kariert, aber ich bin total verliebt. Ich würde euch heute gerne ein paar Kombinationsmöglichkeiten zeigen. Diesem Rock. Er bietet unendlich viele und ich zeige euch einfach nur mal drei verschiedene Varianten. Okay? Okay? Okay. Okay? Vielen Dank. 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 Vielen Dank.